Hallo Leute, was geht? Sammy LPC wieder am Start Und ich übergebe mal sofort das Wort an den Mark Oh, das hat mich gereimt Wir zocken heute wieder Far Cry 3 Online Multiplayer Wir saufen grad fett Karamals Sind auch ordentlich Hackeson Team Desmiss auf Visserdorf Und jetzt würde ich sagen Wir wählen jetzt erstmal ne neue Klasse und zwar die Vector So Jungs, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt Wir haben ne Facebook-Seite erstellt Die Müsst ihr auf jeden Fall liken Dann könnt ihr sehen wann wir das Video raushauen werden Auf jeden Fall Und wir haben auch davor so ein bisschen die Nase gesoffen Also wir könnten ein bisschen Hacke sein eigentlich Ja, passt auf Wir sind die Asozialen hier in der Ruhe So, ich will ja nicht Also ich will jetzt keine Marken pushen oder so Aber das ist eigentlich schon krass Ja, hab mir das nicht so gesehen Aber das ist Mist Und was sie meinen Karamals hat Ja, hab ich jetzt Wir sind ja Wir sind ja Aiming Pack Pack'n Sniper da oben Sag mal ich Ich dreh den in die Runde ein Und betritt letzter Obwohl ich anders nicht so ein 22 Kits Ja, also wie ihr seht Das ist Far Cry 3 Online wieder mal Nächste Folge sofort Und wir werden jetzt wahrscheinlich bald ein neues Format raushauen Da wird der Mark Far Cry offline poppen Die Story Also die Story, ja Und ich werde das eigentlich eher so Nicht auf Stronghold konzentrieren Also so Strongholds Wir haben es schon verloren, Alter Bitte, bitte geboxt Ja, also ich werde mit dem Mark ab und zu auch zusammen aufnehmen Far Cry oder Strongholds werde ich eher alleine machen Er mag Far Cry eher so Und dann wird gefächert Und geschlagen Jawoll So gehört das sich Sag, Alter Was du mit geschutzen willst Wenn du keine Pappgarten hast, Alter Karamals So 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 Jetzt werden wir direkt mal Leichtende Glück haben, haben wir eine neue Tarnung bekommen Weil ich habe nämlich vorhin USB-Stick gemacht Im Vorder So So Ah nee Wirst du das nicht so bekommen haben Ja Loll 1500 XP Wer braucht den Kack, Alter Ja So, wir zocken jetzt noch ein Spiel Weil Und wir fassen meine Zeit ja nicht Auf jeden Fall Bitte Also auf Facebook-Seite liken Weitere liken Wir können auch gerne Umfrage machen Auf der Facebook-Seite Was ihr zocken wollt Ja Und so weiter Auf jeden Fall Ihr könnt ja auch in den YouTube-Kommentaren schreiben Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt Wenn ich dann auf Facebook einfach Und nur Dass ihr ganz kurz mal seht Wenn ihr Irgendwelche Spiele gegen mich zocken wollt Da steht mein Name M.FammyAPFrees Ich schreibe den auch nochmal auf der Facebook-Seite rein Und der Fall könnt Und nochmal in die Videobeschreibung Ja Addet mich Für Tour Editor Mehr sage ich dazu Ihr könnt dann zusammentopfen Ja Und ich werde meinen Namen Wahrscheinlich meinen PSN-Namen Auch auf Facebook bekannt geben Ich knack's LP Ja Ihr könnt ja auch mit mir zusammentopfen Also Ihr werdet dann noch in die Beschreibung auch reinpacken Und auf jeden Fall Ich werde jetzt nächstes Spiel Nein Auf SISWARE SISWARE Übertragung Also Hoffenmal Das Spiel Bisschen länger dauert Ja Jetzt hat der gerade angefangen So Also wir haben ja wie Ihr wisst Gameboy Advance verlost Ja Der Gewinner ist eigentlich so fast bekannt Der sitzt nämlich Hier auch in dem Raum drin Und der ist Also der kann ja auch mal gern was dazu sagen Und deshalb wärst du das heute Möchtest du was sagen? Ja Ja Ich hoffe auf jeden Fall Das ist natürlich eine riesen Liste Das Ähm Das ganze Ding Ähm Ich spiel so und da Ich climbe ziemlich gerne Die Gameboy Advance Ähm Tom & Jerry hab ich angefangen Das war ein ganz tolles Spiel Ja und Ich höre natürlich Ich höre halt die Fresse morgen Ich höre halt die Fresse morgen Ja Wir wirklich sind verlosen Und da ist eigentlich schon Sehr erfreulich Ja Unser Fanboy da hinten Freut sich so richtig Nein das war heftiges Fail Und das war bei Elf Das war ein hartes Spiel Nee mehr das ist MF Du musst mit deinem bezahlen Du hast keine Existenzberechtigung Dieser Mensch hat keine Existenzberechtigung Keine Rechte Ja keine Rechte Ja halt die Fresse da drüben jetzt Nein das ist Ruhe Ja so Halt die Fresse da drüben Nein Ja egal egal wie es kann auch Er kann auch mit sprechen Wenn er genau so mit zu machen Ja gar nicht Du hast ein böser Bring ihn hoch So Gerottspängelt Digga Sehr gut gemacht Das war nicht so Das war nur Das war nur Und wir sind zweiter Zweiter Platz Wir haben die meisten Kills Unser ganzes Unser ganzes Deine Ist doch wieder dieser Nehmis Dieser Typ der gehört so aus In die Kammer gesperrt und nicht mehr rausgelassen ausgelassen Digga, wo ist der? Ey, der hat nicht mehr ausgelassen Ich hab ihn nicht gesehen, Alter Wer war der? Wer war der? Wer war der? Meco Figo Wir nehmen gerade unser Haus Jetzt noch Jetzt noch Du kannst dir keinem erzählen, Alter Du kannst dir keinem anbieten Du kannst dir keinem anbieten Du kannst dir keinem anbieten Du kannst dir mal online rumleuchten Wie so eine Mutter Ja, dann rennt er weg Schreib dir mal eine Nachricht, dass er nicht so viel flucken soll Ja Wir werden später seinen Namen auch noch erwähnen Dann könnt ihr sehen, warum er sich zacken könnte Digga, wo war der jetzt? Der hat sich gemessert Der ist unsichtbar Das ist ein Hacker, Alter Nouuul Wern wir uns gerne eine Umfrage auf Facebook fragen Falls du das gerne habt, wenn du so ausrasten Oder, falls du es nicht haben wollt Könnt ihr auch dagegen stimmen, wir gerne in der Umfrage machen. Und Stronghold wird dann auch wahrscheinlich bald kommen, wenn ich das wieder so bei mir höre. Also ich bin ja noch grad hier drüben, also ich bin auch nicht am Start, wenn ich auf lange gehe für Stronghold. Aber es kann auch noch kommen, wenn ihr uns halt so auch nachvollt und auch in die Abstimmung reinhauen. Und ja, wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da für die Bewertungen hinterlässt. So, dann würde ich mir Granaten werfen. Obwohl der Fährstum verweckt. Durch die Wand. Ach du Kacke, man. Wechseln wir mal, gehen wir mal richtig auf shotgun oder? Fick, 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 fick. Wir werden mal auf dem Slopper machen, weil ich mir noch Paktos aufnehme. Na, du siehst die Kämpfe. Ich brauche dich, Kaffee. 120 km. Man sieht sie doch, ihr Mongos. Seid nicht sehr klug, weil die Softgun, die kann man nicht so ausweiten, die Staten benutzen, aber jetzt ist er weg und er ist tot. Tod ist der Wunsch, was du mir sagst. Und ihr ist nicht weg, ihr habt mich kapiert. Hä, ich bin voll... Fünf verfickte Birne, sie ist in seine fucking Birne, Alter. Bin ich nicht schon weg, Alter, ich hoffe, ich bin dran. Digga, wie viel fluckt der? Oh mein Gott. Endlich. Leute, ich hab ihn gemessert, den Wunsch, Mirko Figo 2, 2, Wunsch, Alter. Und du sagst, wuri, wo 777 ist ein Hacker. Glitz, Alter, der Glitz ist über die Welt. Was für ein Hacker? Das sind Sachen, man. Hacker sind die eigentlich, Mann. Ja, das ist ein Hacker. Das Giftgas wird aufpassen. Ja, das Giftgas wird aufpassen. Ja, das Giftgas, das hasse ich einfach, weil ich bin... Schaut, das tört dann so aus. Das ist gut. Ja, weil Giftgas, weil... Es müffelt. Es müffelt, es müffelt. Es müffelt nach Magie. Der Favis, der Favis bringt auch nach Magie. Digger, Mark, am Skill. Der rennt dir mit der Erde am Ungruf. Ein gezielter Susse, der ist gekippt im Magen durch, der ist tot und kann er fände. So, Tagesherauswand absolviert. Man, ich hab die meisten Kills und bin nicht mal erst dran, hab ich nicht. Äh, dritte Kills, die dritte Meisten Kills. Und ich hab auch das. Da ist einer gewesen. Da? Ja. Dieser Typ ist so behindert. Man. Alter. Tot ist da. Digger, dann hab ich keine Munition mehr. Man. Sie sind 5, Alter, wie Minderwertig. Ich bin jetzt aber zweiter. Und jetzt bist du Karamais. Naja, das ist aber so Hacke, Alter, von dem Zeug. Naja, das ist doch Karamais. Also ich könnte euch nicht empfehlen, Karamais zu trinken und werden selbst mit Wackweiß zu spielen. Das machen wir dann halt immer fertig. Ja, ich bin so Hacke. Ich versuche es nie so nach wie jetzt. Ja, ich bleib mal. Ich kriege da oben. Ich kriege da oben. Vor allem hier. Ich brauche noch ein bisschen. Ja. Wo ist der? Jetzt hinnest du immer noch da oben. Ja, kleine Pussel draußen, um nicht hoch zu gehen, oder? Kleine Pussel. Pussel, Pussel. Pussel, Pussel. Digger, Pussel. Digger. Digger. Ja, Mann. Hä, wo war der? Von da unten. Ja. Der hat jetzt die Wand gesossen. Ja. Loll. Aber ich finde... Digger, Mann, der hat schon 14 Kills. Wir haben jetzt gleich 10 Minuten Aufnahmeteil, also... Die Runde werden wir nicht mehr ganz rein festen. Ich würde sagen mal 5 Minuten im Schluss. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz los, weil... Wir hinten abloben halt und jetzt machen wir alles unfertig. Okay, Digger, dann noch ein bisschen auf den Tutsch da. Mit einer kleinen Arte. Ich war gleich da rein rein. Ah, hab ich nicht erwischt. Da ist er. Da ist er. Das letzte wird natürlich im Nahkampf. So. So. Wir sind draußen, Jungs. Also. Also. Abonnieren. Kommentieren. Masturbieren. Unanieren. Facebook. F-A-C-E-B-O-O-K. Ja. So. Liken. Also. Beiträge liken. Kommentieren. Masturbieren. Ja. Oh nein. Ich zeig dir gut hier.